Die Crefonia synthetifolia, das ist der lateinische Name für die afrikanische Schwarzbohne. Diese afrikanische Schwarzbohne ist von Natur aus sehr reich an 5-HTP, das 5-Hydroxytryptophan. Das ist ein Stoff, der auch bei uns im Körper ganz natürlich vorkommt und den unser Körper braucht. Und damit können wir den Körper in Zeiten erhöhten Stresses, bei Ängstlichkeit, bei depressiven Verstimmungen unterstützen, ausreichend unser körpereigenes Glückshormon Serotonin aufzubauen. Mit dem 5-HTP, das aus der afrikanischen Schwarzbohne gewonnen wird, hat Biogena eine Studie durchgeführt. Und es konnte gezeigt werden, dass sich die Scores für Stress, Depression und Angst im Vergleich zu Placebo durch den Einsatz von 5-HTP signifikant verbessern. Bis zum nächsten Mal.